. 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 Ja, grosser Album. Unsere Tochter hat in einem Wettbewerb einen Ford Fiesta gewonnen. Wir sind hier in Zuchwil, vor der Zentralgarage. Jawohl. Ja, das habe ich mit dem Fortspiel. Nein, 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 wir sind nicht vor. Jetzt gibt es ein Fotoshooting mit dem Fiesta. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. 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 Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich habe einen Witz. Ja, liebe YouTube-Freunde. Bei mir ist jetzt der Ernst. Der ist von der Firma MCDC. Und er erklärt uns mal, wieso und warum unsere Stefanie da einen Ford Fiesta gewonnen hat. Jawohl, hallo zusammen. Die Stefanie hat einen Ford Fiesta gewonnen. Eigentlich ein DAB-Radio mit einem Ford Fiesta. Weil wir machen Werbung für Digital-Radio. Also auch du geh in den Laden, kauf ein Digital-Radio, mach bei unseren Wettbewerbern mit. Und wer weiss, was du dann eventuell gewinnen kannst. Danke vielmal Ernst. Bitte. Danke. Danke. Danke.